Wie funktioniert unser Immunsystem? Das Immunsystem ist die Schutztruppe des Körpers und Basis unserer Gesundheit. Es ist rund um die Uhr für uns im Einsatz. Versuchen Erreger in den Körper einzudringen, müssen sie zunächst die Schleimhaut in Nase, Rachen, Darm oder unsere Haut überwinden. Schaffen sie das, stürzen sich sofort Fresszellen auf die Eindringlinge. Reicht unsere Sofortabwehr nicht aus, wird die zweite Stufe gezündet. Spezielle Immunzellen bilden Antikörper, die sich an die Erreger heften, sie bewegungsunfähig machen und für die Fresszellen markieren. Aber nicht immer ist unser Immunsystem bei voller Leistung. Vor allem trockene Räume, eine ungesunde Lebensweise, Menschenansammlungen und Dauerstress können das Immunsystem schwächen. Deshalb ein kleiner Tipp, erstmal zur Ruhe kommen. Wie wärs bei einem Glas LaVita?